Hallo, hier bin ich wieder. Hör zu und mach es mir nach. Schau zu, ich zeige dir, wie es geht. Es geht los. Mach deine Schultasche auf. Nimm ein Lineal heraus. Nimm zwei Bücher heraus. Nimm drei Googleschreiber heraus. Nimm vier Bleistifte heraus. Was ist das? Ein Springseil. 1, 2, 3 Hurra!